Musik Katalog Nummer 8 Der Wallach Bonchance, geboren im März 2016, hat ein Stockmaß von 1,69 Meter und stappt ab vom Benicio, aus der Verbandsprämienstute Little Diamond RB vom Lesaro, dann die Staatsprämien- und Leistungsstutetressur Diamond Child vom Dancing Dynamite, die Staatsprämienstute Baccarole vom Brentano II. Mit Bonchance präsentieren wir den Halbbruder zum Hengst Fonk. Bewegungsstärke und Spitzenrettigkeitswerte zeichnen dieses hervorragende Pferd aus. Neben Fonk kommt auch die Reservesiegerin der Elite-Stutenschau 2017, Frieda Gold RB, aus der ersten Generation dieses Bonchance. Aus der zweiten Generation dann die Prämienhengste Sir Frieda Gold und Ben Benicio. Außerdem die Staatsprämienstute Fair Play mit Bianca Nowak, Europameisterin der Junioren und Jungen Reiter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020